Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die 1000 Nacht Pink Box. 1001 Nacht Pink Box. Hier sind wieder Prozente. Wir fangen an mit der Box. Die ist wunderschön vom Design. Ich nehme mal den Deckel weg. Auch so. Ich habe noch nicht reingeguckt. Die Sonne blendet heute ein bisschen. Litte ist am Start. Oben. Hier habe ich wieder... Hier ist ein kleines Büchlein. Das kann man sich so durchlesen. Und hier ist der QR Code. Den scannen wir mal. Litte guckt schon mal. Ich habe noch gar nicht weiter reingeguckt. Hier fangen wir mal an. Und zwar ist hier ein kleines Parfüm drin. Von Christina Galera. Das sind 15 Milliliter. Wenn ich mich nicht irre. So steht das hier. Finde ich gar nicht. Ach da vorne. Ja und kostet 14 Euro. Original. Bin ich mal gespannt. Ich richte da jetzt nicht dran. Dann habe ich hier. Oh das sieht gar schön aus. Von Avon. Eine Body Lotion. Die würde kosten 6,99 Euro. Die sieht schön aus. Mal dran riechen. Oh die riecht auch schön. Die behalte ich auch. Bei dem Parfüm weiß ich noch nicht. Dann habe ich hier eine Glisskur Haarmaske. Äh Haarkur. Die hatte ich schon mal. Die würde kosten 3,99 Euro. Und ich würde die aussortieren. weil ich ja schon hatte. Und ich habe so viele Haarkur und Haarmasken. Dann haben wir hier noch. Oh Litte. Entschuldigung. Was Kleines. Schauen wir mal aus. Das ist eine Bella Pierre Palette. So eine kleine. Ja. Bobby. Ja Litte ist da halt. Die würde kosten 28,99 Euro. Die ist wunderschön. Die bleibt jetzt. Auf jeden Fall. Die finde ich schön. Dann haben wir hier. Oh. Ein Essie Nagellack. In so einem grünen Ton. Da können natürlich verschiedene Farben sein. 8,99 Euro würde der kosten. Den lassen wir auch mal. So. Dann haben wir hier noch ein Teil. Oh. Da ist noch nichts. Warte mal. Hier ist dieses graue Papier. Und dann ist hier noch ein Teil. Packen wir mal aus. Das sind Ohrringe. Richtig schöne. Ich finde die schön. Die würden kosten. Gibt es noch ein anderes Design. Aber die finde ich tatsächlich schön. Äh. Kristalle oder ähm. Sternen. Ja. Strasssteine. 10,99 Euro. Oder der vergoldet mit Sternen Design. Also Strasssteine sind. Denk ich mir mal 10,99 Euro. Ja. Das waren meine Produkte. Sehr schöne Box. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Baby. Tschüssi. Das ist mein nächstes Mal. Tschüssi. Richtig. Ab�